Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Update zu meiner Auswanderung, zu unserem Plan, endlich nach Alanya zu fahren. Geht es nun los? Geht es nicht los? Ich bereite euch jetzt auf den letzten Stand der Dinge vor, bevor ich dafür keine Zeit haben werde und bevor es dann gleich alles holterdipolter losgeht. Letzter Stand der Dinge ist folgendes. Wir sind ja heute ist Freitag, am Mittwoch und Donnerstag, also gestern nicht losgefahren, weil es wieder einige Schwierigkeiten gab. Was für Schwierigkeiten? Ich hatte in meinem Vlog natürlich immer wieder darüber berichtet. Wir wollten mit meinem fünftältesten Sohn fahren. Unserem Architekten leider hat das, damit ihr immer so wisst, von welchen Sohn redet die denn da überhaupt, nenne ich jetzt die Berufe. Vielleicht, die wollen ja ihren Namen nicht im Internet haben. Nur da gab es Probleme mit seiner Arbeit. Das heißt, er kommt im Moment nicht weg und deswegen muss er bleiben. Nichtsdestotrotz hatten wir uns dann entschlossen zu fliegen. Das sollte dann am Montag passieren. Wir hatten auch schon drei Tickets kurz vor der Buchung und werden dann nach Antalya direkt geflogen und von dort aus von Freunden abgeholt worden. Aber das haben wir dann auch wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise gar nicht erst gebucht, weil meine Söhne nicht ohne Auto können. Also ich kann es ja nicht begreifen, aber sie sind halt jung. Sie wollen nach Alanya rein abends und wir sind ja auf dem Berg ziemlich hoch. Ich zeige euch das, wenn wir da sind. Gehen wir da ein paar Mal hoch und runter. Und das ist natürlich alles ein bisschen unangenehm, gerade bei dieser wahnsinnigen Hitze. Dann haben wir unsere Freunde gefragt, wenn wir fliegen, wie viel würden denn Mietautos kosten? Mietautos kosten da im Moment bei ihm um die 30 Euro. Wir würden es vielleicht für 20 bekommen, wollte er sich nochmal erkundigen, was aber auch schon eine ganze Menge an Geld macht. Und dann haben wir uns überlegt, nein. Oder meine Söhne, also ich wäre ja immer noch geflogen. Und haben dann gesagt, nein, das wollen sie nicht. Und sie wollen ihr eigenes Auto haben. Und nun hatte ich aber das Problem, dass mein fünfter Sohn, wie gesagt, nicht kann. Denn den hätte ich gern als Beifahrer für meinen 20-jährigen Sohn gehabt. So, ich finde das nämlich immer so ein bisschen doof, wenn nur einer fährt, weil wir nicht wissen, wie die Straßen sind. Wenn ich wüsste, dass wir nicht in der Schlange stehen vor der Grenze, dann wäre einer auch okay. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber wenn die dann auch noch in der Grenze zwölf Stunden stehen müssen, und das kann passieren. Ich habe gestern mal geguckt. Es gibt ja, ich habe euch erzählt, Wenn ihr Sila Yolo eingibt, das heißt, das so nennt man, es heißt natürlich nicht Sila, sondern Sila, das S wird ja scharf gesprochen im Türkischen. Wenn ihr das eingibt, zeigen dort immer die Menschen, wie voll und wie lange sie in der Schlange gestanden haben. Und manchmal kommt man ganz gut durch. Das haben wir auch von Freunden berichtet bekommen, die vor kurzem gefahren sind. Aber manchmal stehst du da stundenlang. Und wenn dann nur ein Fahrer ist, und du kannst auch nicht schlafen, während du in der Schlange stehst. Ja, weil ich kann ja das Auto nicht mal drei Sekunden, drei Meter vorfahren. Ich kann nicht Auto fahren. Dann ist es doof. Ja, das haben wir schon mal früher gehabt. Und da, das ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Und ich finde das auch nicht so gut. Ja, durch die Länder zu fahren. Dann, ja, ist alles in Ordnung und geht wahrscheinlich auch alles gut. Aber zwei Fahrer finde ich auf jeden Fall besser. Und ihr wisst, ich hatte das schon ein paar Mal erzählt, dass ich schlafe. Wenn ich im Auto sitze, ich schlafe ein. Ich kann das auch nicht kontrollieren. Ich schlafe ein. Ja, ich bin weg. Und nicht so ganz. Natürlich, das wäre schön, wenn ich richtig fest schlafen würde. Aber ich bin so im Halbschlaf, ja. Und dann döst du natürlich trotzdem mal weg, sodass ich die Kinder auch nicht immer beaufsichtigen kann, dass die nicht schlafen, während sie fahren. Deswegen finde ich es wirklich richtig gut, wenn einer meiner Söhne immer dabei wäre. Und Gazi ist ein richtig toller Fahrer. Wir sind ja vorletztes Jahr mit Gazi gefahren. Und Gazi fährt gut. Und der andere fährt auch gut. Mein zweitjüngster Sohn fährt auch sehr gut. Und nun können die beiden sich dann immer abwechseln. Das finde ich auf jeden Fall gut. Also, letzter Stand der Dinge. Gazi fährt mit. Der fährt uns hin. Fliegt dann aber wieder zurück, weil er hat Fußball. Er kann nicht da bleiben. Er hat zwar Urlaub, aber Fußball. Und muss dann wieder zurückfliegen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das wird er für uns machen. Also er bringt uns hin und fliegt dann wieder zurück. Und dann hoffen wir mal, dass wir eine gute Fahrt haben, die nicht ganz so stressig wird und die nicht ganz so lang sein wird. Letzter Stand der Dinge ist, dass jetzt alles heute, jetzt, es ist 10 vor 5 am Freitag, ich habe eben nochmal mit meinem Mann gesprochen, der hat mir gesagt, es ist alles erledigt. ADAC ist erledigt. Auslandskrankenversicherung ist erledigt. Versicherungen sind alle abgeschlossen. Auto steht. Vignetten sind gerade gebucht eben im Internet. Also es ist alles in Ordnung. Und wir haben alles gemacht, was man tun kann. Autopapiere sind wohl auch in Ordnung. Und insofern kann es jetzt auf weite Fahrt gehen. Gazi ist auch bereit. Er hat gesagt, wann wir fahren wollen, können wir fahren. Das heißt, mein kleiner, also mein ganz kleiner Sohn, mein zweitjüngster Sohn und Gazi, den ihr ja schon öfters hier bei uns gesehen habt, wir vier fahren also in die Türkei. Fragen haben mich eben gefragt, wann wollen wir fahren, wollen wir heute noch fahren oder morgen? Da habe ich gesagt, ihr habt so viel erledigt heute noch. Die waren ja auch den ganzen Tag auf dem Bein. Gazi hat mit Sicherheit heute auch Fußball gehabt, wie ich ihn kenne. Und selbst wenn nicht, wird Baby ihn aufgehalten haben. Also ich habe gesagt, schlaft heute noch mal und dann kommt ihr morgen früh und dann fahren wir morgen früh direkt los und dann seid ihr ausgeschlafen. Dann kommen wir bestimmt auch relativ weit. Ist zwar Wochenende, morgen ist Samstag, aber ich finde es trotzdem besser, wenn die ausgeschlafen sind und dann nicht auf dem Weg noch schlafen müssen. Also habe ich so besprochen, habe ich so angeordnet. Ob das jetzt durchgesetzt wird, weiß ich nicht. Ich kann durchaus sein, dass Gazi und mein Sohn sich noch entschließen, dass wir doch noch heute fahren. Aber so sieht es jetzt aus. Ich habe auch alles jetzt schon soweit gepackt. Da hinten steht soweit alles. Vorhin hatte ich auch meine Tasche schon gepackt. Und da ist also alles soweit erledigt. Alles gut. Und dann denke ich mal, dass wir dann auch wirklich dann entweder heute Nacht fahren oder morgen Vormittag. Und das dürfte jetzt hoffentlich auch die letzte Ankündigung sein. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit dabei, meine Videos für morgen schon alle hochzuladen, alle online zu stellen, damit das dann durch ist. Und dann habt ihr morgen. Dann wisst ihr aber auch Bescheid, dass ich mich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage eben dann nicht mehr melden werde. Wenn ich gehe, nicht in diese öffentlichen Internetgeschichten rein. Das heißt, ihr müsst warten, bis ich wieder in Alanya bin. Ich hoffe, dass mein Internet dann da funktioniert. Wenn nicht, dauert das mit Sicherheit auch noch mal ein, zwei Tage, bis dann endlich alles geht. Und insofern würde ich einmal sagen, dass wir uns dann hoffentlich in Alanya oder vielleicht auch früher noch mal wiedersehen. Mich würde das freuen. Es kann sein, dass ich dir während der Fahrt noch mal was hochlade, weil solange ich in Deutschland bin, habe ich noch Internet über meinen Sohn. Er hat unbegrenztes Internet in Deutschland. Möchte aber meinen Akku nicht so sehr belasten von meinem Handy, weil das soll schon auch noch weiterhin filmen können. Ich habe zwar meine Kamera mit, aber ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich würde sonst aber auch das alles hochladen, wenn ich in Alanya bin. Also ein paar Tage werdet ihr ohne mich auskommen müssen, da ich nichts auf Vorwahrrad gedreht habe und ihr am beliebtesten sowieso meine Vlogs sind, müsst ihr da dann einfach Geduld haben. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also jetzt scheint es endgültig loszugehen und würde hoffen, dass das dann auch mal so stattfindet. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.